Hallo Freunde was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Survival Challenge zusammen mit U240. Hallo. Und was machen wir in dieser Folge? Wir bauen Farmen. Ja. Wieso ist ja immer noch nur ein Schrein? Wollten wir nicht irgendwie ein zweites Schrein holen oder so? Ja, das können wir ja überhaupt machen. So, was wollte ich machen? Ich hatte einen ganz besonderen Plan, zwar gehe ich jetzt erst mal zum Skelett fahren. Die hatten wir übrigens noch zu Ende gebaut. Das müssen wir auch zeigen. Ja, okay. Ah, ich wurde OP-webbt. Wurde OP-webbt. Ja, auf jeden Fall. Hier kannst du dann... Oh Leute, 14 Pfeile drin. 14 Pfeile drin. Hier kommen hier spawnen halt Skelete drin. Die werden dann durch das Wasser. Hey, bitte. Wir sind hier drin. Ich sterbe hier drin. Hilfe. 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 Hilfe raus. Hilfe raus. Nein, nein, nein. Ich sterbe, ich sterbe. Ein Herz. Nein, nein. Hier. Junge, gar nichts davon ist im Hopper gelandet. In der Kiste bleiben. Also, der Hopper ist voll, also. Ja, gut, das ist alles. Ja, oder ich bin ja auch tot, wahrscheinlich. Ey, die geben keine Knochen. Doch, Knochen. Ja, du kannst ja schon mal bauen. Ich muss hier noch ein bisschen Baummeer fahren. Jo. Ich habe wenigstens Blöcke mit Jus. Ich hatte auch Blöcke. Das war bei mir ganz glätt. Oh. Okay, okay. Ich gebe Lorby. Oh. Gut, keine Ahnung. No. Okay, ich boh. Junge, das ist gelähnt, ne? Gehraider. Ey, danke für den Holz. Ich habe nämlich kein Holz mehr. Ich muss heute auch wieder Holz fahren. Ah. Ich brauch' keinen. Ich brauch' kass. Ich hatte letztens nämlich ich irgendwann erst habe ich hatte wo es ja hoch geht ich glaube ich um und hat eine Idee wie es angenehmer sein könnte dazu bestehen quasi ich mache wie 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 die Zukunft der hoch muss hochlaufen da oben lang eigentlich bis halt nach ganz oben wieder dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich oben bilden bis gleich dauert eigentlich überhaupt nicht lange bleiben bisschen irgendwann baue ich den Weg nach oben damit ich bleibe nicht mehr verliere dann machen wir hier jetzt mal vergrößern wir jetzt mal das Feld immer eben in der Höhle irgendwo anders noch mal hin wo ich leider nichts mehr hinwollte so habe ich mir gedacht können wir hier so hochhauen so einen Weg nach unten bauen den wir dann nachher noch verschütteln ich bin in bed ich bin in bed ich bin in bed ich bin in bed dann kommen wir dann rein oder deutschluft einfach oder ja Board ich Neue Tag-Bank-Faul. Wolle ich jetzt in der Nähe schaue? Ach. Ja, kann ich nicht mehr. hier geht es super ich glaube ich übertreibe mit dem feld jetzt habe ich effizienz 1 auf jeden fall eine neue roh nach wäre geil wenn ich unbreaking auf die hole bekommen würde das wäre entspannt das wäre wirklich ganz spannend oh manne und den bogen zufälliger siehst du schon ein bisschen was ich mache versuch gerade zu gucken ob man bogen reparieren ich brauche essen ich brauche mir ein gigafelt habe ich hier irgendwo essen drin ich habe der letzte Folge die Hälfte von meinen Steaks gegeben ja, das war zu wenig das ist auch gut ist das so groß? ich denke schon das ist groß ich glaube es ist geil wenn ich es anbrechen bekommen könnte ich mache so ein riesenfeld ja, ich bin fertig anbrechen, anbrechen, anbrechen anbrechen äh ich stehe nicht, was ich mir meinst das ist eine Wasserquelle da ist hier oben naja, natürlich ja, das wusste ich nicht dafür kriegst du einen Bogenschuss ab hey ich hab mich getroffen das ist mit Fall hin war es aber weg was? glaube ich ne ich habe ja zwei geschossen weil ich ja den einfach kackt habe dann kommt jetzt mal eine kleine Timelapse rein wie Ju42 hier sein Feld baut sehen wir uns gleich wieder ich hab keinen Hunger aber egal naja leute und die wollen wir jetzt mal kill in der nächsten Fall suchen wir dann ein Dörfer und machen hier naja 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 wir machen den wann anders wenn hier in der Nähe ein Outpost ist dann können wir ja trotzdem aufpassen so dann geht es jetzt gleich mit der Timelapse weiter ja Mitkador aus mit em Olaf hat in vor vor da habe determine da das hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020